Endlich wieder Fußball, endlich wieder die Austria sehen, allerdings das sieht schon ein wenig anders aus. Fiebermessen am Eingang, Maske tragen, Abstand halten. Und noch 170 Zuschauer sind bei diesem Testspiel gegen die Ried-Amateure, die nun endlich nur wieder zugelassen. Abstand halten, wohin man schaut, schon ziemlich ungewohnt. Auch die Mannschaften kommen zeitversetzt aufs Feld. Zuerst die Gäste aus Ried und dann die neu formierte Mannschaft der Salzburg-Austria. Da hat es ja einen deutlichen Umbruch im Kader gegeben. Die ganzen Neuzugänge wollen natürlich auch gleich zeigen, was sie so drauf haben. Wir steigen in die Partie ein. Eckball für die Violetten. Das Tempo, das kann man gleich sagen, ist auf beiden Seiten hoch. Der Einsatz stimmt vom Rost der monatelangen Pause. Ist auf beiden Seiten nichts. 22. Minute, Sandmeier auf der linken Seite, herein zu Hödl und der setzt den Ball in die Maschen. Verdienter Lohn für die gute Anfangsphase. 1 zu 0 für die Salzburg-Austria. Aber auch Ried findet Möglichkeiten vor. Kainz spielt hier schnell aus der Abwehr raus. Und Schweighofer, der heißt nur mittels Textilvergehen zu stoppen. Aber das Capelli-Trikot, das hält er sicher aus. Bann mit einer Hereingabe. Schweighofer kriegt den Ball. Direkt geschossen, aber abgeblockt. Marinko Sorla zündet hier den Turbo. Aber auch der wieder Torhüter ist schnell und putzt aus. Halbzeitführung 1 zu 0. Stoische Miene beim Pottmann Klaus Salzmann. Aber das sieht auch in der zweiten Hälfte ein unverändertes Bild. Die Austria beherzt im Vorwärtsgang. Es kommt nicht jeder Ball an, aber die Ansätze sind wirklich vielversprechend. 56. Minute enteilt dann ein Rieder für Austria-Abwehr. Ausgleich. 1 zu 1 der neue Spielstand. Großchance für Ried. Da hat Schlosser Glück. Ball an die Innenstange. Und kurz darauf geht Schlosser auch vom Feld. Fabi Bauer kommt nun für ihn. Allerdings das hat mehr mit dem Durchwechseln zu tun, als mit dieser Chance. Püdel hat Platz. Und auch er trifft die Innenstange. Gut, jetzt steht es auch noch vergebenen Großchancen 1 zu 1. Aber kurz darauf, 80. Minute. Andrei Lazariewicz hämmert den Ball unter die Querlatte. 2 zu 1. 2 zu 1 ist zugleich der Endstand. Sieg im ersten Vorbereitungsspiel. Social Distancing ja, aber am Feld geht es trotzdem zur Sache. Heute eigentlich ein sehr guter Auftritt. 3 zu 1 gewonnen. Ist das eure Erwartungshaltung gewesen? Ja, ich denke schon. Das Wichtige war einmal, dass wir aggressiver Zweikämpfe waren. Dass wir trotzdem auch spielerisch ganz gut gespielt haben. Aber da ist sicher noch Luft nach oben. Und wir sind eine junge, billige Truppe. Und ich freue mich auf die Saison. Frage gleich an dich. Aus Neuzugang hast du dich schon richtig eingeladen? Ja, die Mannschaft hat mich super abgenommen. Wie gesagt, es sind viele junge Typen, die Fußball spielen wollen, die richtig aggressiv reingehen wollen. Und das taugt mir extrem. Ein gutes Trainerteam. Und ich bin zugesiegt. Heute getroffen nach Maas. Eine schöne Hereingabe von der linken Seite. So soll es weitergehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie der Greinz schon gesagt hat, wir wollten mit einem Sieg in die Vorbereitung starten. Das ist uns heute super gelungen. Für das erste Spiel war es eine richtig gute Leistung. Luft nach oben. Ist natürlich immer da. Vor allem nachdem es jetzt ein halbes Jahr keine Zweikämpfe gegeben hat. Und ja, werde ich da schierst. Ist im Grunde egal, ob es wir spielen. Und das haben wir heute super gemacht. Nein, ich denke, es war von beiden Mannschaften ein super Vorbereitungsmatch. Gleich am Anfang gegen einen regionalmöglichen Mittelferein spielen. Und ich weiß, wirklich gute junge Spieler haben. Das Tempo war relativ hoch. Beide Mannschaften, glaube ich, haben hart trainiert. So wie wir letzte Woche. Und darum können wir auch hoch zufrieden sein mit dem Spiel. Wir haben des Öfteren auch für ein Testspiel relativ ungewöhnlich hartes Einsteigen gesehen. Ist das die Motivation auf beiden Seiten? Oder fehlt da einfach nur ein bisschen das Timing? Nein, ich glaube, dass beide Mannschaften hoch motiviert waren. Ich glaube, unsere Mannschaft sowieso nach so langer Abstinenz im Heimspiel dann doch noch von den Zuschauern. Da sind wir richtig glücklich drüber. Und ich glaube, es hat auch heute super funktioniert mit dem Hygienekonzept bei uns. Und sie haben sich voll reingekaut und haben, glaube ich, auch zu Recht dann zu uns grün. Stichwort Hygienekonzept. Das bringt doch auch für den Trainingsbetrieb die eine oder andere gravierende Änderung. Wie ist das bei euch? Wie geht es damit um? Ja, wir schauen einfach drauf, dass wir die Hygienestandards einhalten. Ich meine, es ist relativ schwierig. Aber wir schauen, dass wir Masken haben. Wir schauen, dass wir Hände desinfizieren, dass nicht jeder aus derselben Flaschen raus trinkt. Und auf dem Platz kann man sowieso keinen Abstand halten. Aber wir schauen drauf. Und Rief schaut auch drauf. Es sind überall Hygienespender aufgestellt. Also von dem her, denke ich, machen wir relativ viel. Und beim Heimspiel hat man sowieso gesagt, dass der Verein da ein starkes Konzept hat und das, was, glaube ich, seinesgleichen sucht. Wir haben eine ganze Menge Neuzugänge. Heute im Spiel wäre nicht aufgefallen, dass da der eine oder andere Fremdkörper herumlaufen wird. Kann man daraus schließen, dass die sich schon ganz gut eingelebt haben? Ja, ich meine, die neuen Spieler haben sowieso schon während dem Mai mit uns trainiert. Man hat einfach gemerkt in den Trainings, dass die Mannschaft charakterlich und vom Fußballerischen gut zusammenpasst. Das hat man auch gesehen. Es haben auch noch etliche Spieler gefehlt, urlaubsbedingt, verletztbedingt. Aber gerade heute waren wir blutjung aufgestellt und da sind wir froh, dass unsere jungen Spieler und die, was wir gehört haben, richtig gut funktioniert haben. Austria-Hotmann Klaus Salzmann, wir stehen hier im mittlerweile wieder verlassenen Max-Eicher-Stadion. Premiere nicht nur in der Testspiel-Saison, sondern auch in diesem ganzen Fußball- und Corona-Wahnsinn. So schlecht hat es nicht funktioniert, oder? Eingangs möchte ich mal ganz herzlich die Fans der Austria danken. Es war für mich ein Zeichen des Verständnisses und der Treue zum Verein. Es sind fast alle Fans schon mit Maske ins Stadion gekommen. Wir haben zusätzlich Fieber gemessen und ich glaube, der Verein hat alles getan, was er tun muss, um eine Massenversammlung abzuhalten. Jetzt ist bei anderen Vereinen, werden die Zuschauer ausgesperrt. Das ist natürlich die einfachste Lösung. Kommt sowas für die Austria auch in Frage? Das wäre für die Austria eine sehr schlechte Situation, weil die Austria lebt von ihren Fans, der Fußball lebt von den Fans. Und wir alle wissen, dass in der Salzburger Regionalliga Austria Salzburg die höchste Fananzahl hat und die beste Stimmung. Daher kommt es für uns nicht in Frage. Heute mit besonderen Auflagen. Ein besonderes Spiel nach ewig langer Pause. Hat aber ganz gut hingehaut. Sehr viel Verständnis für die Auflagen. Ja, also ich bin froh, dass es wirklich so gut gelaufen ist und dass sich jeder daran gehalten hat, was wir ihnen vorgeben. Und ich glaube, wenn wir das in Zukunft weiter so machen, dann dürfen wir wieder vor größeren Menschen Masken spielen. Und dann haben wir auch kein Problem, dass wir jemanden bei der Kasse heimschicken müssen. Also ich glaube, so wie es jetzt die derzeitige Lage ist, ist es so, dass wir, wenn wir wieder verschärft auf die Maskenpflicht hindeuten, dass es eher besser wird. Weil ich glaube, dass das mit der Maskenpflicht einfach ein wenig zu hoher genommen worden ist. Und ich glaube, wenn wir jetzt die ganzen Maßnahmen so weiterführen, wie es jetzt war oder wie wir es heute gesehen haben und gemacht haben, Ich glaube, ich komme eher wieder zu einer Normalität, als wenn wir jetzt sagen, wir lassen einfach alles bleiben und machen auf gut Glück alles ohne Masken. Und normal weiter wie vorher. Ich meine, das wird sicher noch einige Zeit dauern. Aber ich glaube, genau mit solchen Maßnahmen, wie wir heute gemacht haben und wie wir heute das Spiel durchgesetzt haben, kommen wir eher zur Normalität zurück, als wenn wir jetzt einfach sagen, nein, wisst ihr was, wir machen keine Maskenpflicht, wir tun nicht viel übermessen. Und nirgends ein Mittel hin. Ich glaube, so wie wir es heute gemacht haben, glaube ich, dass wir es schon relativ gut hin gebracht haben.